Herzlich willkommen zurück zu Runaway 2. Wir sind mal wieder hier bei diesem Foto-Automaten und versuchen ja gerade hier an so ein 5-Dollar-Chip zu kommen, damit wir den verwenden können und haben jetzt im letzten Video hier Little Demon unseren Lemuren darunter geschickt. Der hat tatsächlich einen Chip gefunden, allerdings rückt er den nur raus im Tausch gegen ein Bier. Und deshalb, ja, gehen wir mal zurück und holen ein Bier. Glücklicherweise gibt es ja hier eine Bar, von daher sollte das kein Problem sein. So, aber eigentlich möchte ich ja schon was zu trinken hier, ne? Ein Bier bitte. In der Pfarrei in der Sonne habe ich einen riesen Durst bekommen. Gib mir bitte ein Bier. Hier, bitte. Das macht 2 Dollar. Leider habe ich nicht einen Cent dabei, aber ich bezahle es später, wenn du mir das Bier anschreibst. Ich darf nur gegen Bares ausschenken. Männern ist nicht zu trauen. Wenn wir schon dabei sind, da gibt es etwas, das ich dir erzählen wollte. Ich höre zu. Das ist das Thema. Ich glaube, du hörst nicht zu, wenn ich mit dir rede. Ich kann sowas nicht ausstehen. Aber hättest du so viel mit mir reden können, wenn ich deine Erzählung von der Insel, deinen Freunden und deinen Ex-Freunden nicht gern hören würde? Das sagt sich leicht, aber du musst es mir beweisen. Hm. Ich hab's. Ich werde dir ein paar Fragen über meine Ex-Freunde stellen. Und wenn du sie beantworten kannst, gebe ich dir das Bier aus. Bis jetzt habe ich keinen einzigen Namen erraten können. Außerdem kann es sein, dass du mich über irgendjemanden ausfragst, von dem du mir nichts erzählt hast. Das bedeutet, dass du mich noch nicht gut kennst. Fertig? Wenn es sein muss. Ich hatte einen mitteleuropäischen Freund, der einem Colonel ähnelte. Wie hieß er noch? Kaimi? Ja, super. Na, dann werden wir versuchen, das irgendwie wieder zusammenzukriegen. Glücklicherweise haben wir ja eine Auswahl. Hamlin, Ivo, Lorig, Ludwig, Medwin oder Milo. Also Milo ist das Einzige, was mir jetzt bekannt vorkommt von den ganzen Namen. Von daher werde ich das jetzt einfach mal nehmen. Milo? Ach, das war ganz einfach. Ich war mit einem Jungen aus Polynesien befreundet. Sein Name war... Oh, ich hoffe, da kommen nicht zu viele Fragen. Ist ja auch ein super Gesprächsthema jetzt hier über ihre Ex-Freunde. Ähm. Lopati. Kommt mir bekannt vor. Aber da bin ich mir nicht sicher. Da ist irgendwie alles so... Aber ich habe irgendwie das Gefühl, dass es das sein könnte. Die anderen sagen mir halt gar nichts. Das kommt mir wenigstens irgendwie bekannt vor. Naja gut, was soll's, ne? Wenn es schief geht, müssen wir halt nochmal ran. Lopati. Lopati. Gut. Das war nicht schlecht. Mal sehen, ob du dich daran erinnerst, welcher meiner Ex-Freunde Inda war. Oh Gott. Äh. Farouk. Farouk. Tarek, Tiro, Varil, Vasu. Sujit. Ich glaube, den kann ich ausschließen. Das war es nicht. Und die hier unten, die kommen mir jetzt auch nicht so bekannt vor. Ich tendiere eigentlich so zwischen diesen dreien. Oh, aber welchen nehme ich denn jetzt davon? Weil ich glaube, ich... Oh, Farouk. Ich fange einfach mal oben an. Wenn es falsch ist, ist es falsch. Farouk. Tut mir leid, Kaimi. Es macht mich traurig, dass du mir nicht zuhörst. Und mich macht es traurig, dass du mir solche Fragen überhaupt stellst. Was soll das denn? Hallo, Lokelani. Erzähl, Kaimi. Auch wenn es nicht so ausgesehen hat. Ich habe vorhin schon aufgepasst. Wenn du es nochmal versuchen willst, habe ich nichts dagegen. Schon gut. Aber ich glaube nicht, dass ich es schaffe. Du hast so viele Ex-Freunde, dass du bestimmt selbst nicht mehr genau weißt, was zu wem gehört. Ich hatte einen mitteleuropäischen Freund, der einem Colonel ähnelte. Wie hieß er noch? Kaimi? Also, das hatten wir ja auf jeden Fall schon mal richtig. Das war Milo. Milo? Ach. Das war ganz einfach. Ich war mit einem Jungen aus Polynesien befreundet. Sein Name war... Befreundet, ne? Ja, das war Lopati. Lopati. Gut. Das war nicht schlecht. Mal sehen, ob du dich daran erinnerst, welcher meiner Ex-Freunde Inda war. Ja, Faruk war es ja schon mal nicht. Dann gehen wir jetzt mal zu Tariq. Tariq? Tut mir leid, Kaimi. Es macht mich traurig, dass du mir nicht zuhörst. So, dann kann ich ja nur hoffen, dass es dann jetzt der dritte ist. Mein Kind ist... Hallo, Lokelani. Erzähl, Kaimi. Und nochmal. Auch wenn es nicht so ausgesehen hat. Ich habe vorhin schon aufgepasst. Schon gut. Aber ich glaube nicht, dass ich es schaffe. Du hast so viele Äcken. Ich hatte ein Mittel... Wie, Kaimi? So. Milo. Ach, das war ganz einfach. Ich war mit einem Jungen aus Polynesien befreundet. Sein Name war... Lopati. Gut. Das war nicht schlecht. Mal sehen, ob du dich daran erinnerst, welcher meiner Ex-Freunde Inda war. So, dann hoffen wir mal, dass jetzt der dritte wirklich ist. Ansonsten müssen wir wirklich alle durchgehen. Das ist ja auch furchtbar. Na gut, dann Tiro. Tiro? Wirklich gut. Und jetzt die letzte. Einer meiner Ex-Freunde hieß. Genau wie du. Ich weiß. Brian. Ich wollte es dir nicht so leicht machen. Verrat mir seinen Nachnamen. Das ist unfair. Außerdem bin ich sicher, dass du es mir nicht gesagt hast. Klar habe ich ihn dir gesagt. Nein. Du hast es mir nicht gesagt. Aber ja. Nein, bestimmt nicht. Aber ja. Nein, bestimmt nicht. Aber ja. Nein, bestimmt nicht. Ich habe ihn dir gesagt und basta. Wenn du dich nicht erinnern kannst, ist das dein Problem. Sag es. Also ich bin mir ziemlich sicher, dass sie den nicht gesagt hat. Oh Mann. Brian Adams. Ach ja. Keine Ahnung, ne? Obwohl ich da Brian zustimmen muss. Den Nachnamen hat sie nicht genannt. Da bin ich mir ziemlich sicher. Ja, ne? Ist ja auch die Frage, ob der jetzt überhaupt schon dabei steht, der richtige Name. Oder ob wir den erst noch rausfinden müssen jetzt. Der Einzige, der jetzt sowas beitragen könnte, wäre dann auch Aulani. Na ja gut, dann klicke ich jetzt einfach mal Adams an. Adams. Tut mir leid, Kaimi. Es macht mich traurig, dass du mir nicht zuhörst. Vielleicht können wir ja in einem anderen Gespräch... Brian Kindisch! ...das noch rausfinden. Wir haben jetzt sonst gar nichts mehr hier. Nee. Vielleicht sprechen wir nochmal mit Aulani. Gutes Gespräch. Das hilft uns nicht. Hm. Na gut, vielleicht können wir dann doch nochmal mit ihr reden. Hallo Luke Lani. Erzähl, Kaimi. Das mit der Kreide hat uns aber nicht weitergeholfen. Mit dem Stier. Das war ja dieser Grieche, der da... ...seinen Handstand drauf gemacht hat. Das hat aber auch nichts mit Brian zu tun. Eigentlich hat sie ja nur ganz am Anfang mal von Brian gesprochen. ...um mitzuteilen, dass sie jetzt Brian nicht mehr Brian nennt, sondern Kaimi. Und da bin ich mir ziemlich sicher, ist der Nachname nicht gefallen. Hm. Auch wenn es nicht so ausgesehen hat, ich habe vorhin schon aufgepasst. Wenn du es nochmal versuchen willst, habe ich nichts dagegen. Schon gut. Aber ich glaube nicht, dass ich es schaffe. Du hast so viele Ex-Freunde, dass du bestimmt selbst nicht mehr genau weißt, was zu wem gehört. Ich hatte einen mitteleuropäischen Freund, der einem Colonel ähnelte. Wie hieß er noch? Kaimi? Ja, diese ersten Fragen, die können wir jetzt beantworten. Milo. Ach, das war ganz einfach. Ich war mit einem Jungen aus Polynesien befreundet. Sein Name war... Lopati. Gut. Das war nicht schlecht. Mal sehen, ob du dich daran erinnerst, welcher meiner Ex-Freunde Inder war. Tiro? Wirklich gut. Und jetzt die letzte. Einer meiner Ex-Freunde hieß, genau wie du. Ich weiß. Brian. Ich wollte es dir nicht so leicht machen. Verrate mir seinen Nachnamen. Das ist unfair. Außerdem bin ich sicher, dass du es mir nicht gesagt hast. Klar habe ich ihn dir gesagt. Nein, du hast es mir nicht gesagt. Aber ja. Nein, bestimmt nicht. Aber ja. Nein, bestimmt nicht. Aber ja. Nein, bestimmt nicht. Ich habe ihn dir gesagt und basta. Wenn du dich nicht erinnern kannst, ist das dein Problem. Sag es. Oh, Mann. Brian de Palma klingt irgendwie blöd. Ferry. Haskell, Russell, Wilson. Ja, bleibt mir ja eigentlich nichts anderes übrig, als jetzt von oben alle durchzugehen. Vielleicht ist er mit dabei. Wenn er nicht mit dabei ist, dann müssen wir irgendwie anders an die Namen rankommen. Der Palma. Tut mir leid, Kaimi. Es macht mich traurig, dass du mir nicht zuhörst. Okay. Hallo, Lokelani. Erzähl, Kaimi. Auch wenn es nicht, wenn du schon gut du hast. Ich hatte weh. Kaimi? Milo. Ach, ich war... So. Gut, nein. Das kriegen wir jetzt mal schneller durch. Ich war... 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 Nein. Aber hier... Nein. Aber hier... Nein. Aber hier... Nein. Ich habe... Wenn du dich sagst. So. Ferry. Ferry. Tut mir leid, Kaimi. Es macht mich traurig. Mann, ey. Die hat echt Probleme. Hallo, Lokelani. Erzähl. Auch wenn es... Wenn du schon... Ich hatte weh. Kaimi. Milo. Ich war... Und dass man die alle noch mal durchklicken muss. Haskell. Tut mir leid, Kaimi. Es... Das kann sich nur auf den Stundenhandel. Ich glaube nicht, dass Brian kindisch ist, sondern Luke Lani, ey. Auch wenn... Wenn du schon... Du hast... Ich hatte... Wie, Kaimi. Ähm... Milo. Ich war... Lupa. Gut. Mal sehen. Tio. Wirklich. Ich weiß. Bruh. Ich war... Das ist klar. Nein. Aber hier. Nein. Aber hier. Nein. Aber hier. Nein. Ich hab... Wenn du sagst. So, Russell. Russell. Oh, Kaimi. Endlich ein Mann, der zuhören kann. Komm. Du hast dir ein Freibier verdient. Ich weiß nur nicht, ob noch welches übrig ist. Heute Morgen hatten Kay und Naif zum Frühstück ihre täglichen sieben Bier pro Nase. Brian blöd. Du hast Glück. Hier ist das letzte. Danke, Luke Lani. Du bist ja eiskalt. Ich bin jedenfalls nicht schuld, wenn der blöde Affe sich erkältet. Ja. Ist was mit dir? Du siehst wie vor den Kopf geschlagen aus. Ich? Überhaupt nicht. Ich drehe mal eine kleine Runde. Wir sehen uns später. Bis bald. So, mach's gut. Oh, Gottes Willen. Ich frag mich gerade, ob man das noch anders rausfinden kann. Oder ob man da wirklich durchklicken muss, weil das ist schon echt krass. Ich will jetzt so eine Aufgabe, die, ja, halt so Zeit schindet. Und es alles unnötig in die Länge zieht. Die anderen konnte man ja tatsächlich im Gespräch mitbekommen. So, Hauptsache nimmt der Affe jetzt auch das Bier. Und wenn jetzt keins mehr da gewesen wäre, aber da, ne? Da hätten wir uns vorher hier gequält mit diesen ganzen Fragen. Und dann hätte man nicht mal ein Bier bekommen. Das wäre ja furchtbar gewesen. So, jetzt bin ich mal gespannt. So, ja, da würde ich gar nicht noch mal drauf drücken. Hat das jemand weggeschmissen? So, das Bier. Ich möchte das hier runterschieben. Hey, Little Demon. Schau mal, was ich habe. Ich hoffe, der kommt nicht auf die Idee, da drin eine Runde zu ratzen. Little Demon? Das ist vielleicht ein... So ist es besser. Was tut man nicht alles für eine mickrige Münze? Tja, mein Freund, angenehm dich kennengelernt zu haben. Besser jeder geht jetzt seines Weh. Schon gut. Sieh mal einer an. Der ist wieder total zu. Als ob ich nichts Besseres zu tun hätte, als auf ihn aufzupassen. Vom Einbier. Okay. So, aber das Ding ist ja nicht angeschmissen, ne? Oder wie war das jetzt? Ich probiere das mal. Ist ja ne Brian, das jetzt hier alles macht. Ne, müssen wir erst dahinter gehen. Es geht nicht, wenn die Maschine aus ist. Ich will nicht, dass der Chip stecken bleibt. Ist okay, Brian. Ich wollte es ja nur mal testen. Soll ich mal dieses Ding anschließen? Nur die Frage, wo? Ja, ja. Vielleicht kann uns Lokelani das beantworten. Oh, der Strom ist. Ja, dann müssen wir nochmal auf den Fotoautomaten sie ansprechen. Aber das haben wir ja eigentlich nicht mehr, dass wir alles durchgegangen. Was weißt du über den Fotoautomaten hier in der Nähe? Naja, das gehört zum Touristen-Nap, auf den mein Chef bestand. Den Chip haben wir ja jetzt. Und was ist daran nicht in Ordnung? Nein, tatsächlich funktioniert er einwandfrei. Wahrscheinlich ist er nur nicht an den Strom angeschlossen. Wo bekomme ich Chips für den Automaten? Normalerweise werden sie im Laden verkauft, aber da er geschlossen wurde... Tja, wenn du einen richtig großen Hebel hättest, könntest du die Plattform anheben, auf der der Fotoautomat steht. Mehr als ein Tourist hat dort sein Geld verloren, weil die Münzen in die Spalten zwischen den Brettern fallen. Und wenn mein knausriger Chef sieht, dass die Chips sich stapeln, wirft er alle Kunden raus und holt sie sich. Ja, das hat uns jetzt nicht so viel gebracht. Ich drehe mal eine kleine Runde. Wir sehen uns später. Bis bald. Da kommen wir so jetzt erstmal nicht weiter. Aber vielleicht können wir ja jetzt nochmal hier zur Landstraße gehen, weil hier gibt es ja jetzt aktuell erstmal nichts von zu... Wir haben ja hier noch das Kabel. Das hatte sich ja da irgendwie verklemmt. Gehen wir da nochmal hin? Dann würde ich gerne nochmal gucken. So, was jetzt hier eigentlich los war. Ah, vielleicht können wir das ja ein bisschen einfetten. Vielleicht funktioniert das ja. Ja, wenn ich den Knoten gut einschmiere, kann ich ihn vielleicht lösen. Ja, jetzt ist es entknotet. Nach der Mühe, die ich mit dem Entknoten hatte, lasse ich es nicht einfach liegen. Das möchte ich hoffen. Sehr gut. Dann war das jetzt schon mal... Das ist doch gar nicht mal so schlecht. Und die Frage, wofür wir das jetzt gebrauchen können. Es scheint stabil genug zu sein. Ja, für was, ne? So, dann haben wir den Chip und von der Butter ist auch noch was übrig. Sehr gut. Da haben wir die ja auch noch, falls wir die noch für was anderes brauchen. Ähm. Ist nur die Frage, wofür wir jetzt das Stahlkabel benutzen können. Jetzt erstmal so hier fällt mir eigentlich nichts ein. Dann gehen wir jetzt vielleicht doch mal zur Landstraße und schauen mal, wo wir da hinkommen. Oder wir probieren mal, wenn ich das hier gerade sehe. Das kann man ja vielleicht an das Brett knoten. Vielleicht bringt uns das ja irgendwas. Aber dadurch wird es auch nicht leichter, das Brett zu entfernen. Naja, aber zumindest hat Ryan was, woran er ziehen kann. Vielleicht klappt das ja. Mal sehen. So, und jetzt musst du da dran ziehen, bitte. Gut. Ich werde mit aller Kraft ziehen. Mal gucken, ob das Brett nachgibt. Und los! Ich fürchte, um dieses Brett kaputt zu kriegen, reicht meine Kraft nicht. Vielleicht können wir ja hier unseren Soldaten da mal fragen. Vielleicht kann der ja da dran ziehen. Mal gucken, ob wir das vielleicht hinbekommen. Das wäre ja noch eine Möglichkeit. Der ist vielleicht ein bisschen kräftiger als Brian. Mal sehen. Ja, ansonsten hatte uns ja Lokelani noch erzählt, wo ihre Freunde sich aufhalten. Dann könnten wir ja die erstmal aufsuchen. Soldat O'Connor? Ja, Sir! Ja! Ja, vermisst du deinen Job nicht? Vermisst du deinen Job als Waldarbeiter nicht? Vor allem das schwarz-rot karierte Hemdzer. Andererseits lässt man mich so oft auf die Bäume klettern, wie ich will. Und wenn ich Sehnsucht kriege, fälle ich einen Telefonmast. Damit komme ich darüber hinweg, Sir. Na, okay. Ja, das mit dem mit dem mit dem auf den Baumklettern, das hat man ja nur schon. So, so. Du kletterst also auf Bäume, um zu spionieren. Sobald ich den Kernel sehe, werde ich dich des Hochverrats anklagen. Sehr einfallsreich, Sir! Ein Tauber-Spion! Hochverrat! Sie und ihre Begleiterin lachen sich doch bestimmt halb tot, Sir! Eine Begleiterin? Ich meine das Mädchen, das sich als Kellnerin verkleidet hat, Sir. Das Mädchen, deren Körper ich nicht zu beschreiben wüsste, ohne ein paar unanständige Wörter zu benutzen, Sir. Wahrscheinlich gehört sie zur Militärpolizei und hat die Mission, Alkoholiker unter den Soldaten zu entlarven, Sir. Ich würde gern sehen, wie du auf den Baum kletterst. Sehr gern. Aber man braucht dafür ein Seil. Und ich habe hier kein, Sir. Na gut, das heißt, wir müssen noch ein Seil finden. Bleiben Sie auf Ihrem Posten, Soldat. Denken Sie daran, ich werde Sie beobachten. Zu Ihren Diensten, Sir. Vielleicht hätten wir auch das Stahlsein nehmen können. Na gut. Können wir ja im nächsten Video auch nochmal holen. Aber jetzt ist die Zeit erstmal um. Deshalb geht es dann beim nächsten Mal weiter. Und dann schauen wir mal, ob wir hier doch noch weiterkommen oder ob wir erstmal die anderen Leute suchen. Also bis dann. Tschüss.